In einer Nachtsitzung, die am Samstag 18. Dezember um 1.24 Uhr endete, hat der Landtag den Landeshaushalt für das Jahr 2022 mit 19 Jahr und 15 Gegenstimmen verabschiedet. Der Abschluss einer mehrtägigen Debatte, in der die drei Gesetzentwürfe zum Haushalt eingehend und zum Teil auch kontrovers diskutiert und schließlich genehmigt wurden. Das Stabilitätsgesetz, der Haushaltsvoranschlag und das Begleitgesetz mit Bestimmungen zu verschiedensten Bereichen. Der Haushalt umfasst rund 6,5 Milliarden Euro, ein Rekordhaushalt, wie von verschiedenen Seiten bemerkt wurde. Aber das war in der Debatte nur eine der wenigen Übereinstimmungen zwischen Mehrheit und Opposition. Dass der Landeshaushalt trotz Krisen ja so hoch ausfällt, ist auch den Finanzverhandlungen mit dem Staat zu verdanken, der Altschulden gegenüber dem Land anerkannt hat. Wie Landeshauptmann Arno Kompatscher in seiner Haushaltsrede berichtete. Kompatscher ging dabei auch auf Themen wie die Abkopplung von Teilen der Gesellschaft ein, den Verlust des Vertrauens in die Institution und die Nachhaltigkeit, die nicht allein durch Fortschritt, sondern auch durch Verzicht zu erreichen sei. In der Debatte zu den drei Gesetzentwürfen, die aber vor allem an Kompatschers Rede anknüpfte, wurde von mehreren Abgeordneten kritisiert, dass im Gleitgesetz haushaltsfremde Artikel enthalten seien und dass der Haushalt zu spät vorgelegt worden sei, um noch eine eingehende Begutachtung zu ermöglichen. Mehrere Abgeordnete, etwa von der Fünf-Sterne-Bewegung Enzian oder Fratelli d'Italia, kritisierten die Erhöhung der Wertschöpfungssteuer IRAP. Das Team K kritisierte, dass die laufenden Ausgaben überhand nehmen und für Investitionen keinen Spielraum hinterlassen. Die Freiheitlichen vermissten eine Durchforstung des Haushalts nach ineffizienten Ausgaben. Die Grünen bemängelten, dass man zu viel in Infrastrukturen und zu wenig in Menschen invertiere, insbesondere bei Landespersonal, Sanität und Pflegeheimen. Der Partito Democratico sah die Bedürfnisse der Landeshauptstadt und der italienischen Bevölkerung zu wenig berücksichtigt. SVP-Lega und Forza Italia verteidigten den Haushalt, der in einer Krisenzeit die Unterstützung von Familien und Betrieben ermögliche. Die IRAP-Erhöhung sei nach den Wirtschaftsbeihilfen zumutbar und außerdem nötig, der der Staat die IRAP ganz abschaffen wolle und bei den Ausgleichszahlungen für die Regionen auf den Hebesatz schaue. Quer über alle Fraktionen hinweg wurde natürlich auch über die Pandemie, die Einschränkungen und die Impfkampagne diskutiert und das auch kontrovers. Im Rahmen der Haushaltsdebatte wurden auch 32 Tagesordnungen zu den Gesetzentwürfen diskutiert und einige davon auch angenommen. So etwa jene der Freiheitlichen zur Transparenz bei den Infektionszahlen, jene vom Team K zur Einführung des Ethikunterrichts, eine von Fratelli d'Italia für einen ärztlichen Bereitschaftsdienst für Touristen, eine der Grünen für ein olympisches Bahnhofsareal, eine der Südtiroler Freiheit für die Anwerbung deutschsprachiger Fachkräfte, eine der SVP zur finanziellen Aufwertung der Pflegekräfte. Während die einzelnen Artikel des Stabilitätsgesetzes und des Haushaltsvorenschlags meist ohne Wortmeldungen genehmigt wurden, gab es zu den Artikeln des Begleitgesetzes da und dort ausführliche Diskussionen. Diskutiert wurde zum Beispiel über die ökologische Bewertung der Landwirtschaft, über die Umwandlung von Büros in Wohnungen, über die Aufnahme von Lehrpersonal und über die Auflage für Geschäfte, nachts die Beleuchtung auszuschalten und bei eingeschalteter Heizung die Türen zu schließen.